heute neue Folge das mit neuer Nudeln, das habt ihr nicht so gemeint er wollte einfach nur sagen hi er ist einfach nur ein bisschen verrückt ja ja jetzt nochmal, hi Nudeln ja ähm, wirtsporn Junge du musst mich ausreden lassen ok ich das hab vergessen, was ich sagen sollte ok geh mal mein Textzettel kann ich nicht lesen schau da kann ich immer nicht lesen also ich glaube du musst sagen hallo leute ich bin schwul das muss ich sagen aha du hörst mich nicht oder ne höre ich nicht ok ähm wir freuen jetzt mal den Name ist unno unno ich füge die mal hinzu ok ich hoffe man versteht mich gut hallo hallo wir sind gerade auf der NGS gelandet, können wir mitbauen? ähm ok das sieht zu toll aus, wir würden gerne mitbauen ja ja ich bin nein äh ja ich bin in einem kleinen Bauteam also ja wir sind ja ja also ich und Steffen wir sind mit zwei anderen Leuten in dem Bauteam kennst du Chaos Flur 44? ähm wir haben ähm Wachreite gebaut, kennst du das? hä? Wachreite kennst du die Karte? Wachreite wir haben nicht alles gebaut, aber das meiste haben wir gebaut aha und woher soll ich euch das glauben? geht auf den Hive-Server wir haben da Wachreite gebaut stimmt's, Airstrike? jo wir haben die über die Hälfte Map mit Wachreite verbaut und dann haben die andere verarscht mich hier gerade nein, wir verarschen dich wir würden dir gerne mithelfen und ja mithelfen, mitzubauen mhm und Steffen hat schon rechte, ne? ja, ich hab schon rechte, aber meins ja, leider ich nicht ich kennst du ja schon kannst du mir mal sagen, was du hier baust, was das werden soll? ein Kolosseum ein Kolosseum das kann man gut bauen, das fährt beim Wachreite aus weil, ich frag, ich frag ab oder so auf Skype ob die Wiese zwei Gäste zusammenfügen können, dann sind weil, da sind ja Gäste von mir ja, also bekomme ich vielleicht auch rechte guck mal hier und hier warte, wo bist du? äh, der mit dem, äh, äh, wo ist es erst? schweig ach so, ok ok, wir hoffen, dass sie nichts kaputt macht ja was mein wie findet ihr die Map, äh, Dragon City Dragon City ganz gut ja, es geht sorry, dass ich abgebaut habe, wollte ich ich find die eigentlich ganz gut von der Architektur aus ja, danke für die Rechte ich find das nur richtig scheiße ich find das nur richtig scheiße Heldschwert oder Steinschwert aber weißt du, was richtig Hacking war? was? Steffen ja? was machst du da? wir müssen, warte mal, das gehört zum Bauplan 1C verbauen wieso? na, weil ich ihnen noch eine Schicht drauf machen möchte lass mich raten, du hast Fastbreak nein, ich hab ein Autospeak-Klicker an also die Hexe Nummer zwei nein, ich hab ein Autospeak-Klicker an so oh, ich wollte gerade so einen kleinen Spaß machen mit Slashmi geht aber leider nicht ähm, nehme ich an, auch wirst du wissen, was ich vorher bei der FPS-Zahl gehabt habe 4 700 jetzt habe ich leider irgendwie nur nur 70 ne, wollte ich mal das Kloster mal mal weg, aber was Besseres warte mal, geht das? los und passen zusammen ja, das passiert wie echt und eigentlich brauche ich ein Kolosseum nicht in so oder sieht das auch geil aus? das sieht doch auch geil aus, oder? das sieht doch auch geil aus, oder? das sind nein, lass mal das sind sieben Klöcke hoch, stimmt's? da müssen wir noch eins tiefer machen, sonst klappt das nicht na, was denn? na, was ich ja bauen möchte jetzt brauche ich mal naht sah es noch besser aus ja, aber es gehört zum Baubloon weiße Wolle äh wirklich? ja, wirklich im erstreich? ja ich dachte, du wärs jetzt im erstreich? um Kummer ich stehe hier auf dem Block und ich kann die draufbauen die Lange spielst du schon mein Glück das heißt so ein paar ich bin ja schon seit neun jahre ja du ich bin schon seit sechs Jahren und dann habe ich dir erzählt dass wir die Schüttel wir sind also er ist mein Kusser ein Kröter Junge denk nach doch jedes mich nicht sagen er sitzt bis zwei zumal neben mir als Maul für mich er hat stimmt nicht das sieht doch geil aus oder ja ich find's auch geil so und jetzt kommt das Klostone Klostone? ja Klostone jetzt passt es erst recht nicht das wirst du schon sehen wenn du von außen und innen nachguckst das passt alles vertrau mir ja ja ich hab schon mal so ein Klostone gebaut so ähnlich aber ich möchte es mal diesmal besser bauen ja stimmt das erste strike ja wo wir einen fail hatten bei vorbauen vom server mhm und die haben es trotzdem genommen mhm mhm Leute wisst ihr was passiert ist was denn heute bin ich auf einen server gegangen wo vier spieler drauf konnten mhm ich hab den spawn gegrieft mhm mhm da war so eine redzone leitung die war sofort auf der oberfläche ich hab die kaputt gemacht irgendwo anders im gesetz und danach meinte er kommt da so ein Ovener der war voll das Kitten ne ich meinte da so ich äh ich schalte die redzone leitung um per Ovener meinte da so ok meinte da so krieg ich bitte game und eins ich will was richtig geiles machen gibt der mir game und eins und danach kann ich krieg ich bitte red gibt der mir einfach OP im Kopf alter ich war ich hätte den jetzt gebannt aber ich war zu erbarmungsvoll weil jetzt würde ich ihn so gerne bannen der hat mir einfach OP weggenommen keine ahnung wie sie erst mal kommst mal wieder warte kommt gleich ich mache ein kleines Easter egg welches denn ein witziges so ok ich weiß was ich einmal gemacht habe was ich habe wirklich einen ganzen Server nicht nur creative sondern auch wirklich den ganzen äh online server zum Absturz gebracht als ich im creative mehr als 10.000 Loven das sieht ja echt geil aus oder und jetzt zu oder jetzt noch schwarze Wolle drauf nein doch keine pinke Wolle ich so keine pinke Wolle pinke Wolle ist kacke pinke Wolle ist doch toll ja das ist jetzt nieder oder sowas ja das muss nieder sein warte nicht weg man Violettes kacke mein Cousin findet Violettes cool aber ich warte mal wie sieht das aus warte 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 mal ich hab ne Idee oder wie sieht das aus so das sieht toll aus das sieht mega geil aus oder mein Junge hört auf mit den Penissen okay ähm du ist noch ein kleines Kind du darfst euch überdrehen nicht in den Mund nehmen du kriegst ein Pickelchen ja ich baue mal dahinten ähm nehm ist Agnau baue mal dahinten ein kleines Tor warte mal ich mach das schon okay das kleine Tor ein kleines Tor soll eigentlich hier hin ja ne wir machen jetzt das Tor schnell nein hey Junge hört auf mit dem ich will dir was zeigen das ist deine Größe und das ist unsere Größe unser ist viel größer ja ey man hört doch auf mit dem Scheiß ja ernsthaft Ertan äh Steffen okay da brauchen wir jetzt hier mal ein Tor und dann sind wir quit okay und dann quieschen hier alles und dann sieht es besser aus oder wir wollen uns jetzt wir sind so kleine Scherzbrüder Brudis wir sind Brudis Scherzbrudis und das soll ein Tor sein ja natürlich ja natürlich ist doch kein Tor du hast so wenig fand dass sie jetzt aus meinem Bruder beleidigt schön für dich weißt was ich komme zu dir und werde ich umbringen wir sind verstanden nun mit einer Adresse und sonst kracht einländischen so gut ist auch nicht so muss einfach mein Bruder dumm das kann ich auch dumm machen du ja wir können es beide tun denn ich habe stumpfes Rambo Messer neben mir das ist sehr stumpf schütteln schütteln und wenn es eine bestimmte Pistole mit stumpfen Kugeln also ich will sie in den Bänden wenn wir dann auf die schießen dann breit ist ab und dann bekommst du ganz ganz schlimme Prellungen nicht Prallungen zu einem Prellungen ja und was ist jetzt Sachen der Unterschied verstehe ich jetzt oder mein Arsch ist der Unterschied mein Arsch ist der Unterschied ich dachte ja toll für deinen Arsch war das nicht ach er auf strike wie war wie fandst du die Schule heute du bist ja siebte Klasse ich bin in der neunte Klasse und wie war die Schule für dich heute scheiße bei mir war scheiße zum glück habe ich über haben übermord freistimmst morgen morgen ist es unter nehmen es ab nur wo bist du bist du mal angefallen und macht das hier unten auch noch hier ok für die zukunft das wechsel ja schon auf ja 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 Was ist? Nichts. Was lachst du mich so dumm von der Seite an? Weil du das wirst. Ey Junge, was soll der Scheiß? Was denn? Ach du heilige Scheiße. Wie kein Kürbis. Steffen. Ich hasse Kürbis. Steffen, was hast du da gemacht? Ey, ne, nehm ich an, nao. Ich ziehle das an, was er gemacht hat. Junge, fick dich, ich meld das gleich. Ich tu nie. Äh... Steffen, tu es überschnell weg. Okay. Ja, ich hab das nicht gebohrt, das machst du, Junge. Gar nicht. Ja, wenn ich sehe, dass sie noch ein Penis baut ist, ich mach davon einen Screenshot mit euren Bildern. Danach kann ich euch schön melden. Okay. Okay, dann mal auf. Ich wurde... Ich wurde für eine Woche gebannt. Oder nein. Für 24 Stunden. Oh mein Gott. 24 Stunden. Das ist wirklich die Hölle. Für 24 Stunden. Ich weiß. Nur weil ich ein... Nur weil ich ein... Nur weil ich ein... Beim... Bauevent ein... Äh... Pins aus Schlemmung... Musste sein. Für die Nachwelt. Erst rake. Ich muss erst... Mh... Was machst du da in der Wand drin, ne? Ja. Ey Junge, hört auf damit! Was denn? Ich hab jetzt nix gemacht. Ich hab grad mit meinem Freund geschrieben. Du brauchst die ganze Zeit Penisse. Nein, ich war das nicht. Dann war das dieser Airstrike. Nein. Ich ne. Ich war die ganze Zeit hier. Du hast es gesehen. Und ich hab einen Freund geschrieben, Junge. Also ich... Vielleicht weiß ja irgendein Admin, der gerade... Unsichtbar ist. Naja. Welch sei es nicht? Ich bin wenig. Das mein die immer. Die trollen jeden. Anni Ball ist nicht on. Felsch. Wieso ist da auch RPG, Fabi? RPG, Fabi ist... Nur ein Spieler. Oh, das ist ernsthaft. Ja. Ich weiß nicht, noch ne Clownstone-Reihe. Das sieht bestimmt besser aus. Es leuchtet dann heller. Komm mit. Ja. Ja. Ich hab gerade nicht so richtig verstanden, was jetzt abgeht, denn ich war ein bisschen Brainer AFK. Was ist jetzt? Mach das habe ich schon gesehen. Ja, das kriegst du jetzt geschenkt. Ja, okay. Willst du es haben? Ja. Also, ich zeig dir jetzt mal alles, was du machen kannst, okay? Das ist eine PvP-Arena. Aber trotzdem. Ich zeig dir mal was. Hier gibt's ein geiles Easter egg. Das müssen... Wenn diese Leute finden, dann muss ich dir was geiles geben. Warte, ich geb dir Rechte. So, ich hab dir jetzt Rechte gegeben. Und jetzt... Kannst du eben die Regeln hier machen, oder? Hier. Hier sind die Regeln. Hm. Und das sind die Bandesten hier. Komm her. Hier ist das der Spawn. Mhm. Das sind hier die Kid-PVPs. Das muss man dann rauskopieren, das ist in Redstone-Torn. Und das sind hier die VIP-Sachen. Die tun automatisch dann rauskopieren. Und jetzt komm mal mit. Warte. Du hast ja einen Aua-Aua-Stock. Und guck mal, wenn hier... Das kannst du auch nicht machen. Wenn hier... Wenn sie sich hier vorne töten, muss sie GS-Band geben. Hm? Wenn sie hier vorne töten hier. Das ist alles... Ab hier... Hier ist der Grundstein. Und... Ab Grundstein dürfen sie hier nicht töten. Genau. Wollen wir ein kleines Battle machen? Mit den Stückchen? Wieso hab ich jetzt perfekt? Ach so. Du hast das Leuchtfeuer drauf gemacht. Jetzt hab ich Stärke. Komm. Komm. Mach. Game. 1. Also 0. Kommst du jetzt? Komm, wir müssen jetzt mal betten. Ich hab... Ich hab den Aua-Aua-Aua-Stock. Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne. Geh weg. Was du willst. Geil. Okay, ähm. Alter, was hast du denn? Ich zieh dich jetzt an. Würdest du sie haben? Nein. Ich will doch nur den Brustpanzer haben als gelogen. Du kannst alle haben. Hm. Weil du hast ja gewonnen. Hey, warte mal. Nimmst du mal bitte an. Ja, warte. Danke. Ist es hier PvP? Ja, es ist hier PvP. Okay. Hallo. Warte mal kurz. Kann ich aber als Creative Mode kämpfen? Ähm. Wenn wir wieder auf dein GS, nimm's Agno. Na, okay. Hi. Komm. Ähm. Airstrike war kurz AFK. Hat er mir grad geschrieben bei Skype. Der Draufgänger ist voll schlecht. Hm? Der Draufgänger ist richtig schlecht. Ja, ich bin eh wieder hier. Du hörst mich doch. Oder? Ja, du hast ja grad Essen geschrieben. Ja, ich hab auch geschrieben. Ja, ähm. Ja, wenn wir wieder auf dein GS. Ja, können wir machen. Also, du meinst auf Name is under, oder? Ja. Ja. darf ich hn töten? Sorry, ich hab Good aktiviert. Oh. Wir werden Klappe von Oah an die andere Seite. Ja. Komm, wir gehen auf. Wir auf dein GS, nimm's Agno. Weil ich weiß. Komm, nimm's Agno. Nimm's Agno. Na, sag du. Wir sind gar nicht mehr. Bist du schon auf deinen Gehs? Nein. Geh mir jetzt mal drauf, wir müssen wieder weiter bauen. Nicht das da. Ich weiß, aber da sind sofort dann jeden. Ey, ihr Grieper! Was ist denn hier passiert? Airstrike, komm schnell! Was ist denn? Komm mal schnell! Was ist denn? Weiß ich nicht. Das war Striker. Was zur Hölle? Du hast doch gerade Essen, stimmt's? Und ich war mit hier neben Agna auf mein Gehs. Ein schöner Kolosseum ist weg. Wieso sind hier... Mann! Also das... Mann, ich habe es... Wir haben so lange, wir haben 5 Stunden dran gebaut. Und dann kommt hier so ein Griefort. Oh mein Gott! Was warst du, Airstrike? Warum soll ich das gewesen sein? Wir waren gerade bei PvP und du... Du warst noch im Kolosseum! Nein, ein Airstrike war aus dem Server. Ich war... AFK! Der hat sich ein... Der hat sich ein Kinderriegel geholt. Ich war essenbevolltrottel. Nein, ja, stimmt. Nein, du hast den... Du hast den... Du hast ja... Du hast ja Snack geholt. Ich war essenbevolltrottel. Also dein von Mikrowell das Essen. Kann ich auch toll. Oh Mann. Warum ist das alles weg? Warum ist das alles weg? Das grieft. Ja, alles. Woll zurückgepackt. Woll zurückgepackt. Bisher habe ich jetzt... Resort gebannt. Warum hast du uns vom PS gebannt? Wir haben gar nichts getan. Mann. Wir sind keine Gryphor. Wir haben nur den Gryphor. Wir haben nur den Gryphor. Das ist ein böser Junge. Ganz böser. Wir mögen dich mehr. Darf ich dir was sagen, ich nehme es an. Ich hab ihn rausgesmissen. Ich hab ihn rausgesmissen. Hm. Hm. mit ja und das war es mit ihm wieder kein folge zwei und lief sich da ist wenn er hat Spaß gemacht älter ich glaube ich schreibe es hätten wenn sie gleich gebannt glaube ich nicht aber dann bin ich aber auf jeden Fall schon da ist ja noch also ja das war's mit der Klinik näht ihr wir lassen noch ein bisschen bisher gebannt werden okay das kann bestimmt Stunden dauern oder wollen wir einfach mal Leute Steffen und erstmals sind Griefer der kommt doch früh drauf Brotin Brotin ja Piki Fabi ja Piki Fabi evis Lone White Lone White Lone White Lone White und Lone hat den Payflow nachgebaut wo 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 hier auf einem Gebäude sieht zwar nicht so richtig wie nach einer Payflow Payflow aus aber es ist eine Payflow und das kenne ich an der Athenne da vorne sieht eher so aus wie ein Apache mit einer Antenne sieht eher so aus wie ein Apache mit einer Antenne warte das Thema ja erkenne ich nicht ah jetzt erkenne ich es erkenne ich es erkenne ich immer noch nicht was ist das aber Payflow soll es sein das sieht eher aus wie ein Apache mit einer Payflow vermischt Payflow kennst du die Payflow nicht ne ok schade so es bänden wir mal die Aufnahme werden sie wissen nicht mehr ja dann tschau Leute tschau Leute das war jetzt ein richtiger Brief denn bei der ersten Aufnahme da bin ich richtig gefailt denn es hat nicht aufgenommen ja und ich auch ja und mitten im Video ist noch ein Cut also nicht wundern tschau Leute tschau bis zum nächsten Mal